Hallo, Christian. Hi, Berat. Hast du heute Lust, was zu unternehmen? Mir ist übel langweilig. Ja, gerne. Wohin wollen wir denn gehen? Keine Ahnung. Vielleicht hast du ja noch einen Eintritt auf deiner Kids-Card. Ja, ich sehe es gerade im Zentralkino. Dann können wir ja gleich dorthin gehen nach der OGTS. Okay, gerne. Hey, Berat. Wollen wir gleich losgehen? Ja. Okay. Hi, seit wann seid ihr gekommen? Wir sind gerade erst gekommen. Ich auch. Wir gehen ins Hofbad. Boah, das war cool. Ich bin jetzt wieder hier. Ich darf das sonst das nächste Mal wieder machen. Das ist die Hofer Kids-Card. Erlebnisse in der Stadt ein ganzes Jahr. Ich bin froh auf... Wir gehen ins Hofbad. Und das heißt... Vielen Dank.